Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute wollen wir uns nur ganz kurz angucken, wie wir noch ein paar mehr Informationen aus unserem Docker Machine rausquetschen können über die jeweiligen virtuellen Maschinen. Dazu nutzen wir Inspect, das heißt sudo-docker-machine-inspect und dann den Namen eurer VM, also zum Beispiel myvm42 und dann bekommt ihr hier wirklich, wirklich viele Informationen. Das heißt erstmal, welche Konfigurationsversion ihr habt, dann natürlich die IP-Adresse, die auch nicht gerade uninteressant ist, aber die sehen wir hier auch schon. Dann natürlich den Namen, den SSH-Usernamen, das ist vielleicht auch nicht gerade unnötig und den Port für SSH dann später auch. Ihr könnt euch allerdings auch mit Docker-SSH drauf verbinden, was das Ganze ein bisschen vereinfacht, denn auch die ganzen Zertifikate, also der SSH-Schlüssel liegt in dem Verzeichnis zu Docker, also in Punkt Docker von Root, weil ich das Ganze mit dem Root-User ausgeführt habe, dann unter Machine-Machines, myvm42, das ist der Name der Maschinen und dann liegt hier unter idrsa der private Schlüssel, mit dem ich quasi auf diese VM zugreifen kann. Dann natürlich, wo das ganze Zeug gespeichert wird, auch im Home-Verzeichnis von meinem Root-User unter Docker, also alles schön sortiert. Dann der Swarm-Host, das ist auch nicht gerade uninteressant, denn hier wird nochmal ein kleiner anderer Port angegeben, den man auch meiden sollte. Also 3376 solltet ihr genauso meiden wie 2376, die beiden Ports solltet ihr am besten nicht verwenden. Dann haben wir hier ansonsten noch ein paar kleinere Informationen zu den Laufzeit-Variablen im Endeffekt, wie viele CPU-Kerne wir haben, wie viel Arbeitsspeicher wir haben, wie groß unser Platz auf der Festplatte ist. Aber eigentlich alles nicht besonders wichtig hier, also da oben waren die wichtigeren Sachen. Und dann sehen wir hier unten noch ein paar Informationen zu unserem Treiber, das heißt erstmal, wir benutzen Rush-O-Box. Und zu unserem Host, hier sehen wir, dass hier definitiv nichts limitiert wurde, das heißt, dass der Speicher komplett unlimitiert ist und dass wir alles machen können. So, und was wir auch wichtig sehen, und das solltet ihr für später im Auge behalten, ihr solltet hier tatsächlich ein Is-Swarm-False haben aktuell gerade, weil die alle noch nicht im Swarm drin sind. Also noch ist kein Swarm da. Den erstellen wir erst noch, und zwar im nächsten Video, glaube ich zumindest. Und ja, da sollte dann später eben ein True erscheinen, wenn ihr tatsächlich einen Swarm habt und diesem Bike getreten seid. Ja, und hier wird dann eben auch noch einige weitere Informationen zum Swarm angegeben, das heißt, welches Image wir für den Swarm verrenten. Was hier im Endeffekt steht, ja, ist alles zum Swarm. Und hier sehen wir auch noch einige weitere Informationen zu den Zertifikaten, das heißt, wenn ihr HTTPS verwenden wollt, sind das aktuell Self-Signed-Zertifikate. Das heißt, hier haben wir einfach nur die Informationen, wo diese Dinger gerade liegen, auch das braucht ihr eigentlich nicht wirklich. Wie gesagt, das Wichtigste befindet sich meiner Meinung nach erstmal hier oben, aber es kann sich natürlich noch einiges an Informationen rauslesen lassen, falls ihr die irgendwann mal später braucht. Gut, das ist es erstmal, kleines Zwischenvideo, damit ihr auch diese Funktion kennt. Und nächstes Video geht es dann endlich mal richtig los mit dem Swarm. Wir hören uns, bis dann. Ciao.